In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Anatomie des Auges. Das Auge liegt in der knöchernden Augenhöhle, die aus folgenden Knochen gebildet wird. Aus dem Stirnbein, dem Tränenbein, dem Siebbein, dem Jochbein, dem Oberkiefer und dem Keilbein. Auf diesem Bild kann man das noch einmal sehr schön sehen. Unten haben wir eine seitliche Ansicht, oben im Bild blicken wir frontal in die knöcherne Augenhöhle hinein. Das Auge in der Augenhöhle kann sich bewegen, das heißt es gibt Muskeln, die an ihm dran sitzen, die sogenannten Augenmuskeln. Und da unterscheidet man den Musculus Rectus und den Musculus Obliquus. Von beiden gibt es noch einmal Untermuskeln. Vom Rectus gibt es den Musculus Rectus Superior, den Inferior, den Medialis und den Lateralis. Und vom Musculus Obliquus gibt es den Superior und den Inferior. Diese Augenmuskeln werden durch Hirnnerven innerviert, die dann für ihre Bewegung verantwortlich sind. Drei Hirnnerven sind dafür zuständig, der dritte, der vierte und der sechste. Der dritte Hirnnerv, der Nervus Oculomotorius, der vierte Hirnnerv, der Nervus Trochlearis und der sechste Hirnnerv, der Nervus Abduzens. Also bitte merken, nicht der dritte, vierte und fünfte, sondern der dritte, vierte und sechste Hirnnerv. Ja, die Augenhöhle ist von drei Häuten ausgekleidet. Ganz außen liegt die Lederhaut, die Sklera, eine bindegewebige Derbehaut, die die ganze Augenhöhle auskleidet. Sogar noch vorne, wo dann der Knochen aufhört, geht die Lederhaut weiter. Wir werden das gleich noch genauer sehen. In der Mitte liegt die Aderhaut, die Choroidea, hier verlaufen die Blutgefäße und ganz innen sitzt die Netzhaut, die Retina. In der Retina sitzen die Sinneszellen und sie wird mit dem Blut per Diffusion aus der Aderhaut versorgt. Von diesen drei Häuten umgeben ist die Augenhöhle dann gefüllt vom sogenannten Glaskörper, der aus der Glaskörpergalerte besteht, die sich an der Oberfläche zu einer feinen Membran verdichtet. Schauen wir noch kurz die Netzhaut etwas genauer an. Auf der Netzhaut der Retina sitzen die Sinneszellen, also die Sehzellen des Körpers und da unterscheidet man zwei Gruppen, die Stäbchen und die Zapfen. Die Stäbchen sind für das Kontrastsehen, das Hell-Dunkel-Sehen zuständig und sie benötigen Vitamin A, Retinol, das in ihnen dann zu Rhodopsin umgebaut wird. Bei einem Vitamin A-Mangel ist es also ein typisches Symptom, dass wir eine Nachtblindheit entwickeln. Die Zapfen sind für das Farbensehen zuständig und es gibt eine Stelle, an der die Konzentration von Zapfen besonders hoch ist, der sogenannte gelbe Fleck, die Stelle des schärfsten Sehens. Meine Eselsbrücke war immer zu sagen, heute haben alle Leute Farbfernseher und was macht man am Fernseher? Man zappt herum und deshalb sind die Zapfen für das Farbensehen zuständig. Der gelbe Fleck, wie gesagt, die Stelle des schärfsten Sehens, dort ist die Konzentration an Zapfen besonders groß. Neben dem gelben Fleck gibt es dann auch noch den sogenannten Blindenfleck. Der Blindenfleck ist ein Punkt, an dem keine Sinneszellen in der Retina sitzen, denn hier ist die Austrittsstelle des Sehnerven. Man kann diese Stelle mit einem einfachen Test sehr gut kennenlernen, wenn du auf einem Blatt Papier links einen Punkt malst und rechts ein Kreuz. Und dann das rechte Auge verschlossen hältst und das Blatt ungefähr auf armes Länge von dir entfernt hältst. Jetzt blickst du mit dem linken Auge auf das Kreuz und näherst das Blatt langsam den Augen. Dann stellst du fest, dass du plötzlich den Punkt nicht mehr siehst. Das ist jetzt der Moment, wo die Lichtstrahlen, die von dem Punkt ausgehen, genau auf dem blinden Fleck deiner Retina gebündelt werden, so dass du sie nicht wahrnehmen kannst. So, nun schauen wir uns den vorderen Bereich des Auges genauer an und gucken, was mit den drei Augenhäuten geschieht. Die Lederhaut, die Sklera, geht vorne über der Iris in die durchsichtige Hornhaut, die Cornea, über. Wenn man jemandem ins Auge blickt, dann sieht man im Auge ja außen Weißes und innen dann einen farbigen Bereich und ganz innen dann die schwarze Öffnung der Pupille. Der weiße Bereich, das ist noch Lederhaut des Auges und dann das Bunte, was man sieht. Da ist die Lederhaut jetzt zur durchsichtigen Hornhaut, zur Cornea geworden und man sieht jetzt durch diese Hornhaut hindurch auf die Regenbogenhaut, die Iris. Der dunkle Punkt in der Mitte der Iris, das ist die Pupille, eine Öffnung. So, die Iris, die Regenbogenhaut, wo kommt sie her? Sie entsteht aus der Aderhaut, der Choroidea, also der mittleren der drei Augenhäute. Diese Aderhaut geht zunächst in den sogenannten Cilialkörper oder Strahlenkörper über und dann weiter in die Iris- oder Regenbogenhaut. Und wie gesagt, die Iris macht also das Farbige im Auge aus. Die innerste Haut, die Netzhaut, Retina, geht vorne im Bereich des Strahlenkörpers und der Iris in einen lichtunempfindlichen Teil über. Dieser Bereich der Netzhaut wird in vielen Bindelbildern auch gar nicht eingezeichnet. Ganz vorne auf dem Auge liegt die Bindehaut, die Konjunktiva. Sie überzieht zunächst die Innenseite der Augenlider und dann das sichtbare Weiße des Auges, also die Lederhautsclera. Dann geht die Bindehaut in die Lederhaut über und in dem Bereich der durchsichtigen Hornhaut, der Cornea, finden wir jetzt keine Konjunktiva mehr. Die Konjunktiva ist dünn und durchsichtig und so kann man durch sie hindurch sehr gut die Lederhaut, also das Weiße im Auge, sehen. Wenn wir uns den vorderen Bereich noch etwas genauer anschauen, dann unterscheidet man hier zwei Augenkammern, die vordere Augenkammer und die hintere Augenkammer. Die vordere Augenkammer wird nach vorne begrenzt durch die Hornhaut, die Sclera, die aus der Lederhaut der Sclera hervorgeht und nach hinten wird die vordere Augenkammer begrenzt zunächst durch die Iris, die Regenbogenhaut und durch die Linse. Die hintere Augenkammer wird nach vorne durch die Regenbogenhaut begrenzt und zur Seite und nach hinten dann zum einen vom Ciliarkörper und von der Linse. Die beiden Augenkammern sind gefüllt mit Kammerwasser. Das Kammerwasser wird vom Ciliarkörper hier, der aus der Aderhaut hervorgegangen ist, gebildet, fließt dann zunächst in die hintere Augenkammer, dann in die vordere Augenkammer und im Augenwinkel, also dem Bereich zwischen Iris und Cornea, da gibt es den sogenannten Schlemmkanal, durch den das Kammerwasser dann zurück ins venöse System abfließen kann.